Hallo ihr lieben Mäuschen da draußen, juhu, herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo von mir hier auf meinem Kanal. Ja, ich habe leider ein Problem mit Sims 4 festgestellt und muss euch dazu jetzt leider schlechte Neuigkeiten geben. Und ja, ich weiß, viele von euch werden wahrscheinlich Sims 4 gerne gesehen haben. Aber momentan ist es bei mir leider so, dass ich Sims 4 leider nicht mehr weiter aufnehmen kann, da ich leider das Problem habe, dass Sims 4 mir beim Speichern immer wieder abschmiert. Ich weiß nicht, was daran schuld ist. Seit gestern oder vorgestern kann ich quasi leider deswegen keine neuen Folgen mehr produzieren von Sims 4, weil mir eben Sims 4 beim Abspeichern immer wieder abkratzt. Und, oder abschmiert, um es besser zu sagen. Und, ja, jetzt muss ich leider auf ein anderes Projekt ausweichen. Ich hoffe, dieses Projekt wird euch auch gefallen. Ich weiß noch nicht, was es für ein Projekt sein wird, aber ich habe schon so eine leise Ahnung oder habe mir schon ein bisschen was überlegt, was ich als Ausweichprojekt vielleicht verwenden könnte. Ob es wirklich das Ausweichprojekt wird, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, das weiß ich noch nicht. Ihr werdet es auf jeden Fall bald sehen und es wird, glaube ich, noch ein paar Folgen Sims 4 geben und dann wird es leider, ich glaube, ab der 49. Folge oder sowas wird es dann quasi pausiert sein, da ich, wie gesagt, erst mal schauen muss, wie ich das technische Problem bei Sims 4 wieder beheben kann. Ich habe auch schon mit den Entwicklern gesprochen und auch im Forum mich schlau gemacht und einen Beitrag geschrieben. Jetzt hoffe ich natürlich, dass mir dementsprechend jemand helfen kann diesbezüglich. Ich weiß nicht, was hier los ist beim Abspeichern, es schmiert mir, wie gesagt, Sims 4 immer wieder ab. Ich weiß nicht, ob es am Update liegt oder ob es an was anderem liegt, ich weiß es nicht. Jedenfalls tut mir leid dafür, dass Sims 4 jetzt leider vorläufig pausiert wird demnächst und deswegen ein Ausweichprojekt kommen wird. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das auch Let's Player. Auch Let's Player passiert sowas oft und ja, von da an, das war es von mir. Das war ein kleines Infovideo zum neuesten Stand der Dinge. Ich werde das Ganze wahrscheinlich auch noch auf Facebook ankündigen. Also wer mir auf Facebook folgt, der wird dementsprechend bald eine Info auch dort erhalten. Und ja, bis dahin sage ich nur, wir sehen uns im Ausweichprojekt wieder. Und ja, deswegen bleibt mir nur zu sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.